Dann starten wir unsere Nachbesprechung unseres heutigen Heimspiels gegen Borussia Mönchengladbach. Darf die beiden Trainer hier begrüßen, unseren Cheftrainer und besonders natürlich den Gästetrainer Marco Rose. Und Marco darf dich direkt bitten um deine Einschätzung der 90 Minuten. Ja, wir haben natürlich Hertha vorher beobachtet und es hat sich genau das bewahrheitet, was wir dort gesehen haben. Es hat sich viel von dem eingestellt, was wir vorher besprochen haben. Eine Mannschaft, die sehr fleißig, sehr kompakt verteidigt. Und das hat uns in der ersten Halbzeit große Probleme bereitet. Wir wussten dann auch, dass sie aus diesem fleißigen Verteidigen dann auch gut umschalten. Auch das hat sich gezeigt. Dadurch, glaube ich, hat in der Summe Hertha vor der Pause den gefährlicheren Eindruck gemacht als wir. Wir hatten, glaube ich, nur einen Abschluss auch. Wir haben in der Pause dann nochmal ein paar Dinge besprochen, wie wir möglicherweise dann doch Räume finden können, Räume nutzen. Und haben das zweite Halbzeit dann deutlich besser gemacht. Wir hatten dort dann auch zwei richtig gute Möglichkeiten auf dem Tor. Und dann glaube ich, dass du gegen so eine Mannschaft, so wie sie im Moment, auch mit der Leidenschaft, mit der Energie und mit dem Selbstverständnis, wie sie Spiele verteidigt, dann musst du so eine Chance nutzen, um hier zu gewinnen, um ein Tor zu machen. Ich glaube, die letzten Wochen haben sich einige Truppen die Zähne ausgebissen. Wir haben kein Tor bekommen, bedeutet in der Summe dann ein Unentschieden. Das nehmen wir heute mit. In Wolfsburg haben wir das Spiel spät aus der Hand gegeben. Und jetzt freuen wir uns alle auf ein paar freie Tage. Vielen Dank. Marco, vielen Dank. Jürgen, wie fällt dein Fazit aus? Ja, also im Prinzip genau so, wie es Marco richtig sagt. Wir haben natürlich aus einer kompakten Defensive heraus operiert und wollten über Konzer zum Erfolg kommen, hatten gute Chancen in der ersten Halbzeit, die besseren Chancen hatte, die Borussia dann in der zweiten Halbzeit. Ich glaube, im Großen und Ganzen ist der Punkt leistungsgerecht. Wir nehmen jeden Punkt mit in dieser Situation momentan, in der wir stecken. Jetzt ist er dreimal zu Null gespielt, das heißt schon mal, wir tun ein paar Sachen richtig. Rune hat ein großes Kompliment von uns bekommen. Auch unser Bundestorwarttrainer Andi Köpke, den wir uns ausleihen durften für diesen Zeitraum der letzten paar Wochen, hat einen super Job gemacht, dem möchten wir tausend Dank sagen, dass er uns ausgeholfen hat. Die Mannschaft ist auf dem richtigen Weg, die Mannschaft weiß, dass viel Arbeit noch vor uns liegt, aber sie hat immer mehr Selbstvertrauen, sie hat immer mehr, man sieht ja einfach, dass da jetzt was am Wachsen ist. Und dann freuen wir uns auf die Rückrunde, die gleich mit dem Hammer natürlich losgeht für uns im Januar. Die haben jetzt eine Woche frei und dann fangen wir am 19. und 29. wieder an, wie abgesprochen mit der Mannschaft. Und dann holen wir uns einen Punkt oder Pünktchen nach dem anderen. Jürgen, auch dir vielen Dank. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Dann fangen wir da an, bitte. Marco Rose, nur zwei Trainer in der Bundesliga-Geschichte von Borussia Mönchengladbach, bei Hennes Weisweiler und Udo Latteck haben nach der Hinrunde mehr Punkte geholt als Sie. Was bedeutet die Zahl 35 für Sie, 35 Punkte? Ich glaube, dass das für uns eine sehr, sehr gute Hinrunde war, also in der Summe. Und nicht nur punktemäßig, sondern einfach auch in unserer Entwicklung. Also wir haben ja am Anfang viel über das geredet, wo wir ungefähr hin wollen. Und ich denke, wir haben viele Spiele gesehen, die das ausdrücken. Wir haben auch Spiele gesehen, in denen es uns schwer gefallen ist. Wir mussten auch den ein oder anderen Rückschlag hinnehmen, Pokal aus, Europa League aus. Und trotzdem ist es grundweg positiv, glaube ich, was die Mannschaft, die Jungs und alle drumherum hier geleistet haben bis hierhin. Und es muss für uns dann einfach dann ein Ansporn sein, im Januar dafür zu arbeiten, dass es so bleibt und dass wir uns weiterentwickeln und dass wir wieder viele Punkte holen. Wo geht's weiter? Gibt's noch Fragen? Ja, da hinten bitte. Mikro kommt. Eine Frage an Herrn Klinsmann. Es wurden ja jetzt einige namhafte Spieler als Neuzugänge gehandelt. Planen Sie denn konkret mit Verstärkung in der Winterpause? Und dann anschließend daran, wenn Sie jetzt mehr Zeit haben mit der Mannschaft auch in der Winterpause, was können wir von der Hertha 2020 erwarten? Also die Zielvorgabe ist sehr einfach, das heißt Klassenhalt. Und so schnell wie möglich von unten rauskommen, diesen Klassenerhalt zu sichern, diese Saison dann stabil zu beenden, so gut wie möglich. Also wir nehmen jeden Platz mit, jeden Punkt mit, der nach oben geht, ist das ganz klar. Wir haben das ja schon mehrmals gesagt, mit der Partnerschaft mit Lars Windhorst ist jemand jetzt an der Seite, der uns hier und da mal erlaubt, jetzt was auf dem Transfermarkt zu tätigen. Im Moment plane ich rein mit diesem Kader, der im Moment da ist, das Trainingslager in Florida dann auch anzugehen in der ersten Januarwoche. Was dann kommt, das ist Michael seinen Händen. Das brechen wir natürlich ganz eng ab innerhalb des Klubs. Aber ich denke, das Wichtigste ist, dass wir uns jetzt stabilisiert haben, dass wir Punkte geholt haben, um jetzt gerade in dieser prekären Situation mal ein bisschen Luft zu verschaffen. Das ist jetzt mal einigermaßen gelungen. Wir haben natürlich noch viel mehr Hoffnung, dass es noch schneller geht. Ja, dann sind wir mal gespannt. Wir sind gespannt, was 2020 bringen wird. Vor allem natürlich das nächste halbe Jahr bis zur Sommerpause. Und ja, also spannend, spannend. Chao mal aktiviert Oichland. Untertitelung.